Das Schönste für mich an den Theatertagen ist, dass man viele Menschen zusammenbringt und dass alle gemeinsam feiern und tolle Erlebnisse teilen. Ich finde, die Stadt Fürth steht für Offenheit, für Toleranz und für Lebensfreude. Und das ist natürlich etwas, was wir auch mit unserer Theaterarbeit und insbesondere mit dem Theaterfestival gerne vermitteln und leben möchten. Das Schöne am Theater ist, dass jeder Abend immer einmalig ist. Aber in dieser Zusammenfassung, in dieser Komprimiertheit dieses Festivals ist es wirklich eine einmalige Gelegenheit, möglichst viel Theater zu erleben. Und auch zu dem Thema Mut haben die Kolleginnen und Kollegen ganz viel sich einfallen lassen. Zum einen dürfen die Inszenierungen, die gastieren, sowohl mutig als auch übermütig sein. Zum anderen erlauben wir uns, den urbanen Raum zu bevölkern und zu bewuchern. Und zwar, indem wir übermütig in die Stadt hineinwuchen durch das Festivalgelände und zum anderen auch durch verschiedene Performances, die das Extraprogramm bilden. 18 Tage Festival mit 35 Theatern aus ganz Bayern, die insgesamt 51 Inszenierungen präsentieren an fünf verschiedenen Orten und eine Festivalatmosphäre in der gesamten Stadt. 05m